Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm und zwar präsentieren wir euch heute einen Pendelzug, einen Vorortzug, der die Pendler von den Vororten ins Zentrum und wieder zurückbringt. Mit einer Baureihe 211 und entsprechenden zwei Mitteleinstiegswagen, alles in beige-ozeanblau. Viel Spaß, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Applaus 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 Sollte die Hälfte und die Hälfte, die die Hälfte und die Hälfte und die Hälfte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Spannende Musik So, jetzt geht's. Spannende Musik Das war's. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.